Ex-Bundestrainer Berti Fuchs könnte Ende des Jahres ohne Job dastehen. Sein auslaufender Vertrag als Nationaltrainer Aserbaidschans soll laut Medienberichten nicht verlängert werden. Ende des Jahres läuft mein Vertrag aus. Dann bin ich sechs Jahre in Aserbaidschan. Wir werden uns zusammensetzen und schauen, wie es weitergeht, sagte Fuchs dem Sportinformationsdienst. Gerüchte um ein vorzeitiges Aus beim Weltranglisten 117. bezeichnete er als blanken Unsinn. Fuchs hatte das Amt in Aserbaidschan im April 2008 übernommen. Die Qualifikation für die WM 2014 in Brasilien wird die Mannschaft erneut nicht schaffen.